Oh god, mein Schaden Ich mach schon mit der Maschinenpistole Schaden, wenn ich den Augen neben dem stehe Echt? Das macht mir viel Schaden Boah, ist der Auslander gefetzt Ja genau deswegen Ich kann mal aufhören meine Schaden Boah Okay Wow Wirklich viel Schaden Peter so schießt wie in der Luft Ja mach auf Ja Eine extrem schlechte Verbindung hat der Läuft wo ein Hamster im Rad oder sowas Oh da ist drin Oh da ist drin Oh da ist drin Bumse Bum Da ist ne Bum Da ist ne Bum Da ist ne Bum Ey wenn die anfangen zu brennen ne Dann wärmen die sich ja nicht ne Die stehen da nur rum und am Tappel Boah die kann sich so abfacken ne Und dann macht das so den Schaden Hello man Gucken wir mal gleich mal wieviel Würfel die sind Ja Pegasus macht gar nichts ne Ja da ist Schlechte Verbindung Oh god die stehen alle im Garten hier unten oder was halt ist Ja Ich laufe mal dein wo keiner ist ey Gott Das ist ne Menge Schaden Boah Boah Peter soll sich down Sollen die alle hier mal sterben Na jetzt in der Deckung gehen kann ich nicht Löschle Ich musste eigentlich wieder aufstehen Enemy Regrouping Ja das ist wohl wahr Ich will mir mal das Spectre Pack Was meinst da was drin ist was tolles ne Das ist ja mit Russell Da muss was tolles drin sein Was auf jeden Fall Sag da denk ich mal Gott Nur eine Minute haben wir Guck mal Unten Der ist unten Beschäftige ich gar nicht mit denen Renn da unten Eine Minute nur ist nicht viel Zeit Oh god Das ist äh Nämlich Das ist ein Zerpurio Oh god Oh god Oh god Die machen viel Schaden Warum kommt mir keiner helfen Wir kommen doch von der anderen Seite Und ich bin doch hier hinten Müsst euch mal auf die Ziele konzentrieren Ja eben Wir haben nur noch 30 Sekunden Ich kann hier mal ziehen Hier Oh Und bin ich der einzige der die auf die KT Tagesschreie Hallo ich bin doch hier hinten Ich steh genau neben hinten In der Deckung gewesen So kann ich nicht schießen Wenn auch nicht geballert wäre Ich werde mich auf die Tagesschreie Konzentrieren wenn alle meinen Das nicht zuhören zu müssen Hä zuhören tu es mir nicht ne Äh Nee Weil ich kleb an dem Dingern Und du bist gar nicht bei mir in der Nähe Ich steh hier hinten Oben auf dem Ding Und schieß auf der Vieh Ja ist aber nicht gut Wenn du an der Vieh kleben musst Weil der hat ihn mal abbaut Ja ich bin schon wieder verrückt Was Der Vieh alleine nicht tot Hier kommt keiner hin Ja weil ich gehe nie aus dem Deck oder Ich kann hier halt alleine machen Das ist so leid Du rennst an ihm vorbei Und dann nutzt dich das Da musst du doch nix machen Oh Jetzt hat der Team wieder ultra gesackt Was war es Dat war knapp ey Einfach nur auf die Viecher konzentrieren Ja nicht Gehto O Gehto Gehto oh haha Hahahaha, gut, berg dir! Oh Gott ey, das ist immer noch ziemlich jung. Ja, das hegen ja, der kommt ja nicht vorbei so. Bin einfach durchgerannt. Warum steht der dann noch? Der stand da die ganze Zeit! Und lauf, lauf! Du hast unbegrenzt Zeit, nutze die Zeit! Kann ich eigentlich auch Ego-Perspektive schalten? Nee. Ja, müsste es schaffen, wenn du jetzt nicht unbedingt da rein rennst. Ja, geh mal ein bisschen näher, der beschriftigt sich ja mit der Drohne. Und Harry wird verpiste, die ist schon wieder. Boah, ist wohl ein Phantom, ey. Nee, Nemesis. Ja. Jawohl. Du kriegst ein Ei-Ei. Ja. Du kriegst ein Fein, ne? Ja, ja, fein! Ja, richtig fein. Du solltest so fein, ne? Du kriegst ein Leckerli. Ja, klatschen, ne? Fein! Klatschen wir auf meine Runde. Gott. Klatschi, klatschi. Klatschi, klatschi ist fein. Dann soll ja auch immer ein Ende klatschen, wenn man fröhlich ist. Lernt fliegen. Sobald die Aufstattung haben, zu fliegen, kann ich wieder anziehen. Ja. Boah, die Schüppel gehen runter wie ein falscher Trainerbanonition. Wie die am Tanzen sehen. Heiter fliegen. Ey, im Singleplayer fliegen. Boah, mit dem Schüppel Athleten. Nemesis, bei dir unten. Pass auf. Zwei. Hey, ich würde da nicht hingehen. Kamu hat keine Tage. Friss Fisch. Nein! Attention! Fisch der aus, ey. Oh Gott, von hinten. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja. Toll. Die kam jetzt von jeder Seite, ey. Waaah! Was ist das denn? Da hab ich mich schon hingerichtet. Das ist ein Symbol. Irgendwie hab ich von hinten meine Schilde gekillt. Sind wir gay. Aber wir sind ja auch auf Silber. Da sollte man die so vorpreschen. Da muss man manchmal mal lernen. Ne? Er ist der Letzte. Oh, rennen doch nie so vor. Ich krieg einen Herzinfarkt, wenn er das macht. Du hast alle Zeit der Welt. Entschuldigung gekillt. Rennen bloß weg. Rennen bloß weg. Die sind aber auch hartnäckig, ne? Ja, kann man nicht mehr. Und dann muss ich nicht einfach mal essen. Ja, so ist dein Leben in mir gefallen. Ich finde alles, alleine. Gott! Das ist aber auch miss. Das ist jetzt wiederkommen, letztendlich. Boah, anstatt kleine Schläge wenigstens zu machen. Was schießt denn in den Schlitz? Wie aufs Schild. Der Rallt hat sich nicht mehr, der Rallt hat sich nicht mehr. Der macht immer einen starken Schlag und wenn der den starken Schlag macht, dann hat der schon sein Schild drauf gebaut. Ja, der hat die Schnauze voll gehabt. Ja, der hat die Schnauze voll gehabt von dem Mistvieh. Jawoll. Der hat daneben geschossen. Was ein Idiot. Wird denn der verreckt jetzt? Das kann ja nicht wahr sein. Anstatt einen kleinen Schlag zu machen, den Mann, nein. Dann packt er die riesige Wummer aus. Atlas. Ist gut? Ach, guck mal, Freund. Den magst du, ne? Der ausweicht. Kommt gleich hier die Treppe runter. Mach Party mit uns. Ja, da, da. Gott. Hallo. Hä? Dreckiges Pissern mit Schild. Oh, fuck. Die können wir mal gut. Mein Gott, die killen meine Schilde hier immer. Da ist ein Nemesis. Warum sind wir die Einzigen, die auf den Ballern hier, ey? Nein, 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 nein. Atlas, wie spielt die Musik? Oh, fuck. Oh, fuck. Mein kill. Oh, verdient, ey. Meist, ich hab draufgeballert. Puh. Ne? Puh. Schmauelt. Wer mag das? Wer mag das? Oh, noch einer. Noch einer. Dreck. Durch die Wand, ey. Was für die Farsch. Oh ja, er kommt. Oh, mir geht die Munition aus. Oh, mir geht die Munition aus. Wo kam der denn her? Oh, nimm mir sie, steht vor mir. Oh, nimm mir sie, steht vor mir. Oh, mir geht von draußen und meine, oh, vorhin hin. Glück gehabt. Ich stehe jetzt mal gesund hin wieder her, der Schneider. Boah, erst mal hier zur Hälfte. Ja, wir sind doch nur zu dritt. Das ist der Pegasus abgehauen, ne? Ja, ich sehe ihn nützt im Moment. Oh, krass. Deswegen versagen wir hier so. Vierter Mann fehlt uns. Hm, könnte knackig werden. Ich bin dran, Baller wird dazu, ich halt. Ich bin tot. Tja. Ah, letzterste. Keiner kommt mit Hilfe, doch. Nein, der verreckt. Ich wollte mich gerade noch hier heilen und so, aber man kann das nicht gleichzeitig machen. Was macht der denn da? Ist der bei dir auch in der Wand? Nein. Bei mir ist der in der Wand und schießt. Siehst du, was hat er mir gesagt? Irgendwann hat sich schon übelst geleckt. Naja, aber das waren noch ein paar schöne Runden, haben wir mindestens viel Erfahrung bekommen und... Ne? Solche Geschichten. Aber die 6% fehlen uns noch. Die machen wir beim nächsten Mal. Da.